Ich erzähle Ihnen, wie der Drogenkrieg in Mexiko anfing. Und wer der Boss war. Miguel Felix Gallardo. Der Pate. Ich glaube nicht, dass ein Trafikant in Mexiko mehr ist. Agent Camarena. Willkommen in Guadalajara. Felix Gallardo legt sich heute Nacht mit der DEA das letzte Mal an. Vomondos! Koppate de tu negoci, Miguel. Jede Sekunde zählt, Kiki. Zeigen wir denen, was wir drauf haben. Cuídate las espaldas. Wir haben keine Zeit mehr. Esto no lo voy a contar. Pero sabes qué? Tú tampoco. Duones! Duones! Vielen Dank.